Ich bin Thomas und Thomas von Wald7 und wir machen Duschbomben. Die Duschbombe ist der erste Zusatz speziell für die Dusche und verwandelt jede Dusche sofort zu einer privaten Wohlfühloase. Funktioniert ganz einfach, Dusche aufdrehen, Duschbombe rausnehmen, am Boden hinlegen und alles macht wuff und du stehst einen wunderbaren Aroma mit natürlichen Etagenölen. Natürlich gibt es nicht nur Duschbomben, sondern seit neuestem auch ein Duschjelly. Duschjelly ist die erste Kombination aus Duschschwamm und Duschgel. Es ist sozusagen eine weiche Seife, mit der man sich super angenehm in der Dusche reinigen kann und dabei ein super Wohlfühlerlebnis hat. Mediashop als Vertriebsprofi hat uns natürlich von Beginn an nun auch beim Vertrieb hervorragend unterstützt und wir haben auch ganz tolle Unterstützung im Bereich Design und Grafik bekommen und natürlich auch im Online-Marketing. Schaut super aus, oder? Das geht gut. Was war jetzt der wesentliche Punkt, oder sagen wir mal so, der wichtigste Punkt auch bisher in unserer Zusammenarbeit und unserer Partnerschaft mit Mediashop. Ich glaube, da sind wir uns als Jungunternehmer oder Startups alle einig. Der schwierigste Schritt ist der von der Idee im Kämmerchen hin zum Selbstständigen, der von not bis abends bis hin zum Paket alles selber macht und dann das Ganze in eine Organisation überzuführen und ein wirkliches Unternehmen drumherum aufzubauen. Und da hat uns Mediashop sehr geholfen oder hilft uns immer noch extrem, indem wir verschiedene Prozesse, von denen wir uns abschauen dürfen, indem wir zum Beispiel Investitionen, Erfolge und auch Misserfolge messbar machen und somit natürlich uns als Geschäftsführer und auch unserem Marketing-Team glaube ich eine Hilfeleistung für die Entscheidung. Ja, im Wesentlichen war das der wichtigste Punkt, dass Mediashop uns geholfen hat, von einem Startup und selbstständig hin zu einer Organisation zu werden. Richtig, ja und darüber hinaus bereiten wir gerade den ersten Container für die USA vor. Also, sehr cool, Vollgas!